Henrike Marie Bäumer ist eine deutsche Theater- und Filmschauspielerin. Biografie Marie Bäumer wurde als Tochter eines Architekten und einer Ergotherapeutin im Rheinland geboren. Sie wuchs in Hamburg auf und besuchte dort das Gymnasium Blankenese und in der Oberstufe die Waldorfschule. Ihre Schauspielausbildung begann 1992 an der Schuola Theatro Dimitri in Faschow und im Studio 033 in Hamburg. Von 1994 bis 1996 studierte sie an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, unter anderem bei Jutta Hoffmann. Während dieser Zeit gelang ihr der Durchbruch mit Detlef Backs Filmkomödie Männerpension. Für ihre Rolle in Oskar Röhlers Der alte Affe Angst wurde Bäumer 2002 mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Preis der deutschen Filmkritik ausgezeichnet. Neben ihrer Filmarbeit spielte Bäumer auch in Bühnenstücken. So trat sie 1995 unter der Regie von Dieter Löbsch in August von Kotzebues Drama Menschenhass und Reue im Theater im Zimmer in Hamburg auf. 1996 spielte sie im Theater im Kampnagel in einer Inszenierung Falk Richters im Stück Silikon. 2007 folgte sie dem Ruf der Salzburger Festspiele und spielte die Buhlschaft in Hugo von Hofmannstals Theaterstück Jedermann. Im Januar 2011 führte Bäumer erstmals selbst Regie bei der Inszenierung des von ihr verfassten Theaterstücks Abschied an den Hamburger Kammerspielen. Wiederholt wirkte sie bei den Dresdner Musikfestspielen am Staatsschauspiel Dresden mit, so 2013 bei einem Wagner-Abend, 2016 erzählte sie in der Uraufführung des Schwans von Catania die Geschichte der Blütezeit des Belcanto in Italien. Regelmäßig gibt sie Schauspielkurse und Workshops, so lehrt sie zum Beispiel an der Schule für Schauspiel in Hamburg und an der Filmakademie Baden-Württemberg. 2016 war sie Festivaldirektorin und Juryleiterin eines Drohnenfilmfestivals. 2018 gewann Bäumer für ihre Darstellung der Romy Schneider in Emily Atevs Filmbiografie Drei Tage in Quiberon den Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin. Neben ihrer Tätigkeit im Schauspiel bietet sie Kurse zu Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung, vor allem mit Pferden, an. Privatleben mit dem Schauspieler Niki von Tempelhoff, von dem sie sich im Juli 2009 trennte, hat Bäumer einen Sohn. Sie lebt im französischen Lise-le-sur-la-Soc in der Nähe von Avignon. Auszeichnungen 2002 Jupiter – beste deutsche Darstellerin – für der Schuh des Manitou 2002 Bayerischer Filmpreis – beste Darstellerin – als »Marie« im Film der alte Affe Angst 2003 Preis der deutschen Filmkritik – beste Darstellerin 2006 Jupiter – beste deutsche TV-Darstellerin – für ein toter Bruder 2010 Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie Besondere Leistung Fiktion – an das Schauspielerensemble von Im Angesicht des Verbrechens 2011 Chevalier de l'Ordre national des Arts et des Lettres 2011 Grimme-Preis – für Im Angesicht des Verbrechens 2013 Romy – beliebteste Schauspielerin – für das Adlon 2016 FIPA-DOR beim 29 Festival International de Programmes Audiovisues als beste Darstellerin in Urs Eggers Brief an mein Leben 2018 Deutscher Filmpreis – beste weibliche Hauptrolle – für drei Tage in Quibberon 2018 Ehrenpreis des Filmfestivals Kitzbühel 2018 Europäischer Filmpreis – Nominierung in der Kategorie Beste Darstellerin für drei Tage in Quibberon 2019 Bayerischer Filmpreis – 2018 Beste Darstellerin für drei Tage in Quibberon 2019 Romy – beliebteste Schauspielerin Kino – TV-Film